I am independent. I am dedicated. Do it in my way. Do it in my way. Yes, I am. Hallihallo, hier ist Monika von Stempel. aus Krefeld. Heute gibt es unseren 28. Supersamstag-Video-Hub. Unser Thema ist heute Jubiläumskracher. Also zum Beispiel runde Geburtstage, Firmenjubiläum, Hochzeitstag, irgendwas in der Art. Und ich habe mir ausgesucht eine Überlebenskiste nach 40 Ehejahren. Das hat sich der Ehemann dann verdient. Und vielleicht hilft es für die nächsten 40 Jahre. Okay, das wäre die kleine Kiste. Und ich nehme die Inhalte noch raus. Die wollen auch keine Werbung machen. So sieht die dann von innen aus. So, von der Seite. Kleines Ansteckfach. Und hier oben, so ein kleiner Tragegriff. Ja, fangen wir mal an. Wir brauchen eine Skizze. Die sieht dann so aus. Die werde ich auch nochmal auf meinem Blog verlinken. Und Designerpapier nehmen wir direkt. Man könnte jetzt auch Farbkarton nehmen. Das ist Geschmackssache. Und zwar fangen wir an mit einem Stück, in diesem Fall Designerpapier, in 29,7 cm mal 21 cm. Da habe ich mir schon mal zurechtgeschnitten. Dann geht es weiter. Es wird gefölzt auf der kurzen Seite. Bei 5,25 cm. Auf beiden Seiten. Dann falzen wir auf der langen Seite. Bei 10,5 cm. Auch auf beiden Seiten. Und dann nochmal bei 5,25 cm. Aber nur bis zur ersten Werbverletzung. Auf beiden Seiten. Also 5,25 cm. Das ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen. Da habe ich mir auch ungünstiges Papier ausgesucht. Das wäre dann bis hier. Und hier unten auch nochmal. und auf der anderen Seite ebenso. 5,25 cm. Bis zur ersten Querverletzung. Und hier unten auch. Dann brauchen wir diese Linie noch. Die werden auch gefölzt. Dazu machen wir noch eine kleine Hilfslinie hier. Vielleicht auf der Rückseite lieber. Also von diesem Punkt hier durch. Dann habe ich hier meine Markierung. Das wäre dann die Mitte. Und das mache ich dann mit dem Papierschneider. Einfach durchfälzen. Und auf der anderen Seite auch. Und auf der anderen Seite auch nochmal die Verbindungslinie. hier durch. Und von hier. Und dann komme ich hier raus. Also ich habe heute echt ein Problem mit dem Licht. So, aber jetzt. So, damit hätten wir alle unsere Pfalzlinien. Das zeige ich auch nochmal eben. Das fängt dann hier an. Hier durch. Und kommt hier raus. So. Und jetzt werden diese Linien eingeschnitten. Dann wird alles einmal durchgefalzt. Und dann werden diese Teile rübergeklappt. Kann man hier nochmal ein bisschen anpassen, wenn es nicht so ganz hinhaut. Und das kommt sowieso nach eben. Dann klappe ich mir dieses Teil hier rüber. Und dann setze ich das zusammen. Und zwar so, dass diese Teile nach außen kommen. Die kleinen Dreiecke. Das kleben wir jetzt zusammen. Und zwar so, dass hier nur ein ganz feiner Streifen festgeklebt wird. Wir wollen hinterher wieder was reinstecken. Das heißt, wir machen hier und hier von innen den Kleber hin. Nur ein feiner Streifen. So, und hier genauso. Mal gucken, hier und hier. Dann könnte man hier drin noch so ein bisschen Kleber anbringen. Kann man, muss man nicht. So, dann wollen wir oben diese Stange noch einbringen. Das ist dann ein Strohhalm. Und dazu markieren wir uns etwa in gleicher Höhe. So, sagen wir zwei Zentimeter. Die Stelle für unser Löchlein. Dann nehmen wir uns eine Lochzange. Die gab es mal bei Stamping Up. Leider nicht mehr. Vielleicht eine Cropodile dann. Und stanzen ein Loch hinein. Ich fürchte nur, das wird ein bisschen klein sein. Das passt nicht ganz. Dann machen wir es gleich ein bisschen größer. Dann nehmen wir es so runter rum. So, fällt hinterher nicht mehr so auf. So, passt es durch. Wunderbar. Kann man noch ein bisschen kürzer machen. Zack. Jetzt brauchen wir noch die kleinen Kärtchen für die Seite, wie wir es hier gemacht haben. Und zwar brauchen wir dann zweimal Farbkarton in 6,5 Zentimeter mal 4,3 Zentimeter. Und zweimal Farbkarton in 6,5 Zentimeter mal 3,8 Zentimeter. Und das kleinere Kärtchen können wir dann noch ein bisschen bestempeln. Dazu brauchen wir Espresso in dem Fall. Das Stempelkissen. Und aus dem Set das Beste. Einspruch. Passt natürlich gut für einen Mann dann. Da habe ich mir das hier ausgesucht für einen tollen Mann. Und dann gibt es noch ein paar Herzchen. Und die kommen aus dem Stempel Set. Und kreative Kränze. Habe ich jetzt unheimlich viel benutzt für Ostern. Aber ist eigentlich für das ganze Jahr. Denn da sind ja nicht nur Ostereier drin. Sondern auch Herzchen, Birnen, Blümchen, Blätter. Aber ich glaube, die verlassen uns. Ich weiß es nicht genau. Ja, und dann habe ich noch wieder eingesetzt diese tolle Stanze, die es nicht mehr gibt. Ganz traurig. Und das ist die Stanze runder Kartallreiter. Und daher habe ich schon mal ausgestanzt. Zweimal. Dann setzen wir das Ganze zusammen. 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 Okay. Vielen Dank. Und das setzen wir uns dann hier rein. Und auf die andere Seite auch. Wer die Stänze nicht hat, muss sich halt was anderes überlegen. Vielleicht kleine Dreiecke, irgendwas womit man das rausziehen kann. Oder Bändchen. Bändchen geht auch. Einfach so eine Schlaufe legen. Ja, das wär's. Kann man dann wieder befüllen. Rauchen ist nicht gesund, aber überlebenswichtig für manche. Süß ist auch immer gut. Und so ein Schnaps hilft auch manchmal. So, das sind die beiden Teile. Dann könnt ihr das nachwerkeln für euren Zweck. Und ich empfehle euch nochmal zu den Teamkolleginnen zu gehen. Die haben euch auch etwas Schönes zu zeigen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Projekt, wendet euch gerne an mich. Und meine Kontaktdaten findet ihr im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.